Einen ganz, ganz großen Applaus für diesen großen, großen, großen Künstler, auf den wir so stolz sind, mit ihm zusammenzuarbeiten. Applaus für Nevis! Also ich habe sicherlich eine sehr gute Fantasie, aber das ist sehr, sehr schwierig, sich sowas irgendwie natürlich vorzustellen. Also der generelle Gedanke natürlich, Musik zu machen, Musik für ein Publikum zu machen, was jetzt nicht diese Berührungsangst mit der Musik hat, mit klassischer Musik, das war so die grundsätzliche Idee. Aber so eine Idee entwickelt sich ja auch jeden Tag, jede Woche. Wenn du eine neue Idee hast, ein neues Stück, wovon du fasziniert bist, ein neues Podium, wo du das halt auch den Leuten näher bringen kannst. Also das ist wirklich eine Entwicklung und ein Entwicklungsprozess über Jahre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend habe ich mir viel vorgestellt, aber nicht das, was heute da ist. Vielen Dank. Vielen Dank.